weil ich heute nicht richtig sehen kann das ist eine brille von vor zehn jahren irgendwie meine ist kaputt irgendwie bei arbeiten ja runtergefallen muss ich ein bisschen was grobes machen und das zeige ich euch jetzt mehr ist es nicht ich habe ein bisschen was ich bin 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020